Fußball ist eine unglaublich starke Macht. Ich hätte nie erwartet, dass wir in einer so kurzen Zeit so einen Erfolg in Afghanistan erleben. Acht offizielle Spiele und sechs Siege. Warum nicht Afghanistan zu einem Weltkampf gehen? Wer sagt, dass wir gegen Messi oder Ronaldo spielen? Ich glaube in einem Traum. Alle Spieler lieben seine Philosophie und er hat viel verändert in Afghanistan. Man hat Respekt plötzlich vor Afghanistan im Fußball. Man setzt Hoffnungen in uns. Plötzlich steht Fußball in einem solchen kulturellen und gesellschaftlichen Mittelpunkt in Afghanistan, wo er selbst Politik und Terror verdrängt aus dem Fernsehen.